Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund, der Sigismund dafür? Was kann der Sigismund, der Sigismund dafür? Womit zu gehen? Am Abend sind die Damen doppelt so schön. Doppelt so schön, so schön. Da haben sie alle fast getrunken. Ja, glaubt man vielleicht geht. Es ist so schön am Abend, womit zu gehen. Womit zu gehen, womit zu gehen. Es ist so schön am Abend, womit zu gehen. Womit zu gehen, ist schön. Womit zu gehen, womit zu gehen, womit zu gehen.